Wir, das Team der Grund- und Werkrealschule in Villingendorf, hat wesentliche Aspekte des Unterrichts umgebaut in handlungsorientierte und praxisorientierte Projekte und legt einen großen Wert auf berufliche Orientierung. Bei uns in der Schule herrscht ein sehr gutes Schulklima. Um das zu fordern, haben wir unsere Sozialwerkstätten. Eine Sozialwerkstatt ist ein Fach, das einmal in der Woche ist. Von der Klasse sechs bis neun sind alle Altersgruppen gemischt. Da gibt es zum Beispiel Schulsanitäter, Zirkus, Keyword oder Schulgarten. Bei uns ziehen sich ganz, ganz viele Projekte eigentlich von Klasse fünf bis hoch zu den Abschlussklassen. Es beginnt bei der Klasse fünf im grünen Klassenzimmer, geht dann weiter in Klasse sechs mit der Apfelklasse. Wir machen hier Apfelmaffins, die wir dann verkaufen auf dem Schulhof. In Klasse sieben mündet das Ganze dann in die Irlandklasse. Also die Irlandklasse bedeutet, dass wir eine Schülerfirma sind, die sich im ganzen Schuljahr Geld verdient, um dann am Ende vom Schuljahr nach Irland fliegen zu können. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man vieles selbstständig hinbekommt, wenn man es möchte. Es sind öfters mal Ausbildungsfirmen da. Dadurch habe ich auch bei einer der Firmen, die mal da waren, dann einen Ausbildungsplatz bekommen. Unser Schulmotto heißt Believe in Yourself und soll ausdrücken, dass in jedem Kind, in jedem Jugendlichen eigene Kraft, eine eigene Kreativität und eine eigene Selbstwirksamkeit lebt, die es nur gilt, entdeckt zu werden.